Joho Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Europa-Universales 4! Ja, oder eventuell auch nicht, denn... Moment! Unsere Datei ist beschädigt! Ja! Denn genau das ist mein, ja... Savegame hier von Deutschland und das ist kaputt! Jo! Und die Autosave-Datei wurde hier oben von Oman überschrieben, weil ich halt noch an sich allein weitergespielt habe und warum auch immer hier kein älterer Autosave gedingst ist. Das finde ich nicht cool. Auf alle Fälle ist... Spielstand kaputt! Jo! Und Map kann man auch nicht sehen. Ist auf alle Fälle cool. Moment, ich könnte jetzt mal gucken, ob das so funktioniert, aber... Nö! Also ist eine Menge los hier auf der Welt. Sagen wir mal so. Also da tut sich nix. Genau. Ich würde sagen... Ist kaputt. Nochmal habe ich irgendwie nicht die Lust anzufangen. Und ja... Ich würde dann sagen, dann ist das Projekt aus ein paar technischen Problemen und... Ja, beendet, ne? Ist leider ein bisschen... Unbefriedigend, würde ich sagen. Aber... Eventuell sieht man... Jo! Ich kann hier nichts machen. Und vom Datum her müsste es eigentlich... Der richtige Spielstand sein. Moment, ich kann auch mal runterscrollen. Hier, genau. Das war der letzte funktionierende Safe State. Aber ich möchte da nicht nochmal... Zwei Stunden spielen. Ich habe ja schon mal den ganzen Scheiß gespielt. Und dann habe ich nicht gespeichert. Und der hier oben ist auch kaputt. Ganz easy. Ist auf alle Fälle cool. Muss ich schon sagen. Gefällt mir. Ja. Ne, aber nochmal mache ich das Ganze nicht. Darum würde ich jetzt einfach sagen... Ich höre hier einfach auf zu reden. Weine ein bisschen. Und... Beende das Projekt hier mit. Uuuuuh... Ich höre hier mit.